Der Precision Stylus von Dargi ist ein Stift für Tablets mit kapazitiven Display wie Apples iPad. Das transparente Plastikplättchen an der Spitze steckt auf einer dünnen Feder. Zum Schutz kann man das Plättchen per Drehmechanik im Stiftschaft versenken. Der Precision Stylus wird seinem Namen gerecht. Man kann damit auch feine Linien präzise nachziehen. Es gibt den Precision Stylus in mehreren Varianten. Kurz, lang, lang mit Clip, mit einem Laserpointer und mit einem Kugelschreiber am anderen Ende.